Musik Erstmal sehr guter Auftakt durch die Keynote, die so ein bisschen auch diese beiden Themen Big Data und Industrie 4.0 zusammengebracht hat. Wir haben es geschafft, wirklich mit fast 1.100 Teilnehmern, oder vielleicht sogar über 1.100 Teilnehmern, wirklich das Format in Deutschland für Business Intelligence und man muss sagen, inzwischen Big Data zu schaffen. Ich glaube, das ist eigentlich das Angenehme, dass man einmal im Jahr so einen Fixpunkt hat, wo alles, was mit BI zu tun hat, auch hier in München zusammenkommt. Der Melting Pot für BI, noch kräftiger, noch heißer. Also eine echt reife Konferenz und macht jedes Jahr neu Spaß, hierher zu kommen. Also ein ganz bunter Strauß von Themen, unterschiedlichste Facetten der BI-Thematik werden hier bei uns aufgegriffen und ich denke, ausreichend gut abgedeckt. So viel Dynamik wie jetzt war noch nie. Das heißt, so spannend, was die Entwicklung des Marktes betrifft, war das Thema BI und Big Data auch noch nie. Wir sind heute hier auf der Messe, um die Lösung zu zeigen, die HP mir eingebaut hat 2014, Connected Vehicle, Big Data, Cloud, wie wir also Daten aus dem Fahrzeug, real-time, live nach Europa und USA gespringt haben. Was mich jetzt bewegt, ist tatsächlich, wie agiles Management funktionieren kann und welche Implikationen das beispielsweise für Business Intelligence hat. BI muss die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Es ist ein Enabler, ein Befehler neuer Strukturen. Von der Seite her gibt es Aufgaben, das organisatorisch sauber und effizient zu integrieren und das sind große Herausforderungen für die Zukunft. Business Intelligence und Human Intelligence, also wie wird BI von Menschen für Menschen eingesetzt, erarbeitet, wie können Menschen zusammenarbeiten an BI-Projekten um den bestmöglichen Nutzen für die Zukunft zu erreichen. Wir müssen immer up-to-date bleiben. Die neuen Trends in Europa aus den USA erfahren und schauen, welche sind eigentlich umsetzbar auf dem deutschen Markt. Ich hatte eine sehr interessante Präsentation über die Datenbasis, die Technologie und die Leute, die das vor zwei Stunden und eine halbe Zeit präsentierten, waren sehr beeindruckend. Den hohen organisatorischen Standard auch halten, dass die Teilnehmer wirklich zufrieden sind und alle glücklich zur Konferenz kommen, aber natürlich auch genauso glücklich oder noch glücklicher von der Konferenz weggehen. Sie hat den Anspruch, handfeste Informationen auszuliefern. Das ist die Mischung aus der Tagung, also dem Tagungsprogramm, was relativ vielschichtig ist und aber auch diesem Messestil. Es macht echt Spaß, Teil des BI-Marktes zu sein. Man kriegt neue Impulse auch von anderen Firmen, man findet Kontakte, Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Informativ, kommunikativ und ein tolles Netzwerk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Déizinho des ZDF fürs Kurfen Auszuspfeierungen